Ach herrje, wie bin ich denn hier gelandet? Ähm, irgendwie ist die, äh, mir wurde gesagt, durch das Dimensionstor komme ich in eine andere Dimension, wo, ich finde hier nur leere Räume, das ist seltsam, irgendwie habe ich so ein ganz ungutes Gefühl. Gibt es hier irgendwo einen Ausgang? Äh, ist das eine Tapete? Aha. Ist das Licht an? Sind hier vielleicht irgendwo Fenster? Ah, eine Sprinkelanlage, falls es, falls es hier brennt. Das ist jetzt sehr unsichtig. Ja, ich will weiter. Was? Äh, äh. Ist ein Fleck auf dem Boden. Äh, äh, äh. Mit dem Eck ist nix. Oh, ist das unangenehm. Ich muss dringend, ich muss dringend das Dimensionsportal wiederfinden. Äh. In welche Richtung soll ich jetzt gehen? Ich, ich hab wirklich das Gefühl, hier kann man sich gut, gut verirren, oder? Äh. 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 Ich frag mich, wer diese Tapeten hier alle hierhin gemacht hat. Also, Kompliment ist schon mal eine, äh, ist, ne? Ist schon mal eine gute, äh, Handwerksarbeit. Kann ich mal so sagen. Ne? Also, alles ja. Äh. 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 Was war das? Warum? Äh. Äh? Äh. 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 Du warst schon am Stern Antares, im Antares-System und hast gegen Monster Roboter gekämpft. Keine Angst haben vor so ein paar Leere. Das ist ein schöner Teppichboden. Wie gesagt, sehr ordentlich alles gearbeitet. Sind das so Deckenlupen? Ah, wahrscheinlich die Lüftung, ja. Da war es jetzt schon wieder. Vielleicht immer, wenn man dieselbe Stelle durchschreitet. Da sind auch Fletten auf dem Boden. Boah, habe ich einen Schiss gerade. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, jetzt weiß ich, was das sein soll. Das sind die Backroom. Backrooms nennt man das? Ist das da unten eine Steckdose? Oh Mann, ist das unangenehm. Leute, wie kommt man da wieder raus? Soll ich da mal langlaufen? Gestreifte. Ja, Streifen. Macht ihr noch nichts. Ich wünsche dich hätte eine Waffe. Ja, eine Waffe. Leere Büroräume. Oder was soll das sein? Auf jeden Fall wäre da viel Platz. Also hier würde ich vielleicht eine Küchenecke machen. Und dann, Moment, hier einen schönen Essbereich. Ich weiß nicht, ob es hier auch Toiletten gibt. Ich frage mich, wo der Strom herkommt. Das sind so ganz handelsübliche Deckenplatten übrigens. Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber sie sehen aus, wie wenn sie handelsüblich wären. Ah, ich weiß, wo man diese Deckenplatten, diese Decken sieht. In Schulen. Nicht nur in Büroräumen, auch in Schulen oder auch Kindertagesstätten oder sowas. Aber Teppichboden. Sind wir jetzt von da gekommen oder von da? War da was? Ne. Hier könnte man bestimmt gut Fußball spielen. Oder Splatoon spielen. Ach ja, jetzt vermisse ich irgendwie Splatoon. Was war das? Warum wird das Bild grau? Schon wieder. Oh Gott, ich habe so Angst. Oh Leute. Oh Gott. Ich schaue gerade mal auf mein Gerät. Ich habe noch ein bisschen Energie in meinem Timer. Vielleicht schaffe ich noch mal einen Dimensionssprung. Also, falls wir uns nicht mehr sehen. Es war schön mit euch. Tschüss. Nein. Alles.